Die Entscheidung, warum ich als Park gehe, ist mir eigentlich relativ leicht geworden. Denn wie das Park ist und bleibt der schnellste Weg zur Matura. Darüber hinaus kann ich mich in verschiedenen Interessensgebieten weiterbilden und habe auch viele Entscheidungsmöglichkeiten. Egal ob musikalisch kreativ, naturwissenschaftlich interessiert oder ob ich einfach mehrere Fremdsprachen lernen will. Für jeden hat das Park etwas zu bieten. Darüber hinaus kann ich im Park auch verschiedene Zertifikate erwerben. Zum Beispiel das Cambridge Certificate, den Unternehmerführerschein oder den ECDL. Also wenn ich etwas Neues wagen und einen coolen Weg bis zum Matura haben will, ist das Park immer eine gute Entscheidung.